Hallo alle zusammen, jetzt geht es um den Bauch. Herzlich willkommen zu meinem Yoga-Programm für Anfänger. Wir fangen mit einem kleinen Wurm-Up an. Setz dich längs auf deine Matte, stell deine Beine auf, atme ein, streck die Arme lang nach oben, ausatmen, zurück. Einatmen und ausatmen. Dann nach rechts aufdrehen, zurück, nach links und zurück, wieder rechts und zurück, links, nach oben und wieder nach oben, noch einmal nach rechts und noch einmal nach links. Dann wieder die Arme lang ziehen und im Wechsel ein Arm mehr in die Länge ziehen. Neig deinen Oberkörper leicht zur Seite und dann löse langsam auf. Okay, dann kann es losgehen. Leg dich auf deinen Rücken, zieh die Oberschenkel an deinen Brustkorb an und leg die Knie nach rechts ab. Steig die Arme lang nach hinten über Kopf und Boden aus und versuche deine Bauchdecke in die Länge zu ziehen. Jedes Mal, wenn du einatmest, werde noch ein bisschen länger. Roll das Becken ein und mit dem nächsten Ausatmen, heb die Kopf und Schultern vom Boden ab und zieh die Arme nach vorne. Alternativ kannst du ein Kissen zwischen deine Oberschenkeln legen, denn das ist vielleicht etwas angenehmer für dich. Die Arme ziehen lang nach vorne, Blick nach vorne, alternativ hier auch die Hände am Hinterkopf. Dann versuche hier oben zu bleiben, zieh dich lang nach oben, roll das Becken ein, halte die Position. Atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Mit dem nächsten Einatmen roll dich wieder nach hinten ab, die Arme gehen zurück und ausatmen wieder nach oben. Halten, vier Atemzüge und dann wieder nach hinten. Noch einmal nach oben und wieder halten. und spürst du, wie deine schräge Bauchmuskulatur auf der linken Seite arbeitet. Und wieder abrollen. Stell deine Beine auf, platziere deine Hände am Hinterkopf, steck beide Beine nach oben so weit zur Decke aus, wie es geht. Entweder leicht angewinkelt lassen oder komplett ausstrecken. Die Lendenwirbelsäule fest auf deiner Matte, die Ellbogen sind geöffnet. Und dann auch hier wieder ruhig und gleichmäßig atmen. Schieb deine Fersen zur Decke, zieh die Zehen zu dir nach unten. Stell deine Beine nacheinander wieder auf und roll dich auf deinen Rücken ab. Komm wieder nach oben, die Lendenwirbelsäule fest auf deine Matte, versuch die Schulterblätter komplett nach oben zu bringen und steck die Beine wieder nach oben zur Decke aus. Variation von Navasana, das Boot. Und wieder halten und atmen. Stell deine Beine wieder auf und komm wieder nach unten. Ein letztes Mal. Kopf und Schultern abheben und die Beine nacheinander nach oben zur Decke. Bleibe hier noch vier Atemzüge. Zieh den Bauchnabel leicht nach innen. und wieder absetzen und wieder abrollen. Dann zieh die Oberschenkel an deinen Brustkorb ran und leg die Knie nach links ab. Die Arme lang nach hinten ausstrecken. Zieh die Fingerspitzen weit weg von dir. Die Handflächen zeigen zueinander und die Daumen liegen am Boden auf. Jedes Mal, wenn du einatmest, versuche noch ein bisschen länger zu werden. Roll dein Becken ein und atme hier ganz ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Werde noch ein bisschen länger. Stell dir vor, jemand zieht dich an deinen Armen und du wirst doppelt so lang. Aus dieser Länge raus hebst du nun Wirbel für Wirbel Kopf und Schultern vom Boden ab. Zieh die Arme lang nach vorne. Dann spüre, wie deine rechte Seite arbeitet. Halte hier Alternativ auch hier wieder die Hände am Hinterkopf, wenn du möchtest. Gehe wieder nach unten. Stück für Stück. Arme nach hinten. Zieh dich in die Länge. Und mit dem nächsten Ausatmen komm wieder nach oben und und halte hier. Blick nach vorne. Und wieder nach unten. In die Länge ziehen, tief einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Nach oben kommen. Und wieder nach hinten. Und aus. Nach oben. Und wieder halten. Noch vier Atemzüge. Und dann langsam lösen. Okay. Die Hände wieder am Hinterkopf. Beine sind aufgestellt. Schlieg sie ganz eng. Schwenk die Knie leicht nach rechts. Und heb Kopf und Schultern vom Boden ab. Und zieh die Arme nach links rüber. Versuch, den Oberkörper nach links oben anzuheben. Und bleib in dieser Position. Dein Becken bleibt am Boden. Und lass deine Atmung ganz ruhig und gleichmäßig fließen. Zieh die Fingerspitzen lang nach vorne. Zieh die Schultern zurück. Und noch vier Atemzüge halten. Alternativ kannst du zum Beispiel eine Hand am Hinterkopf platzieren, wenn du möchtest. Und dann langsam wieder abholen. Einmal in die Länge ziehen. Streck deine Bauchdecke ganz lang. Und stell deine Beine wieder auf. Schließe sie ganz eng. Schwenk die Knie leicht nach links. Und mit dem nächsten Ausatmen, heb Kopf und Schultern vom Boden ab. Der Oberkörper geht schräg nach rechts oben. Und halte die Position. Alternativ zum Beispiel die linke Hand am Hinterkopf platzieren. Das Kinn in Richtung Brustbein. Und der Nacken bleibt lang. Halte noch vier Atemzüge. Durchhalten. Nicht absetzen. Wir halten gemeinsam durch. Noch zwei Atemzüge. Sehr gut. Und dann langsam wieder abrollen. Und wieder in die Länge ziehen. Den Brustkorb etwas anheben. Die Bauchdecke strecken. Und dann komm in den Seitstütz. Stütz dich auf deinen rechten Arm ab. Das rechte Bein ist angewinkelt. Streck dein Bein lang aus. Ich mache das Ganze spiegelverkehrt. Und entweder streckst du den linken Fuß lang weg von dir. Oder du drehst den linken Fuß ein. Und dann geht das Becken nach oben. Und der Arm nach hinten. Diese Übung kräftigt zum einen deine Taille. Straff deine Taille. Und dehnt sie. Hier wird gekräftigt. Hier wird gedehnt. Halte noch vier Atemzüge. Und versuche dich noch ein bisschen mehr nach oben anzuheben. Durchhalten. Noch vier Atemzüge. Das schaffen wir. Und dann langsam lösen. Gut. Dann komm nach oben zum Sitzen. Wir machen weiter mit ein paar Variationen vom Boot. Navasana. Im Sitzen. Richte deine Wirbelsäule hier ganz bewusst auf. Zieh die Schultern von den Ohren weg. Achte darauf, dass der Rücken hier wirklich ganz gerade bleibt. Streck die Arme nach vorne aus. Und dann lehn dich mit einem ganz, ganz geraden Rücken zurück. Hebe deinen Brustkorb nach oben an. Und zieh die Schulterblätter zueinander. Halte die Position. Noch vier Atemzüge. Immer wieder nach oben wachsen. Und die Schultern nach unten ziehen. Mit dem nächsten Einatmen streck die Arme nach oben aus. Richte deine Wirbelsäule auf. Und dann geh wieder zurück. Heb das rechte Bein nach oben an. Flex den Fuß. Und stemme deine linke Ferse in deine Matte. Und zwar ziehst du die Ferse leicht zu dir, so als ob du die Matte zu dir ziehen möchtest. Und presst aber die Ferse dann fest in den Boden. Atme ein und wachse nach oben. Alternativ kannst du das Bein hier festhalten. Das macht es ein bisschen leichter. Ansonsten ein Arm. Oder beide Arme. Und hochziehen. Zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch. Vier Atemzüge noch. Und dann lösen. Einatmen, strecken. Und dann geh wieder zurück nach hinten. Brustkorb heben. Linkes Bein nach oben. Rechte Ferse fest in den Boden stemmen. Heb deinen Brustkorb nach oben an. Und dann auch hier möglich, die Hände in deine Kniekehen zu halten. Und je freier du mit den Armen arbeitest, desto mehr wirst du deine Bauchmuskulatur natürlich beanspruchen. Arme nach vorne. Zieh die Schultern zurück. Konzentriere dich auf einen Punkt. Somit kannst du dein Gleichgewicht besser halten. Und noch zwei Atemzüge. Nochmal hochziehen. Ja, gut, gut, gut. Komm nach oben. Und lösen. Einatmen, strecken. Und jetzt kommen wir zu der schrägen Bauchmuskulatur. Lehn dich zurück. Dreh dich nach rechts auf. Streck den rechten Arm nach hinten aus. Und wenn du noch ein bisschen mehr möchtest, den linken Arm dazu. Auch hier wieder den Brustkorb anheben. Die Füße etwas näher anziehen. Zieh die Schulterblätter zusammen. Und halte die Position. Einatmen, komm nach oben. Rücken gerade. Lehn dich zurück. Heb deinen Brustkorb nach oben an. Steck den Arm lang aus. Lehn dich zurück. Und nimm den zweiten Arm mit dazu. Gut atmen. Noch zwei Atemzüge. Und dann langsam lösen. Einatmen, ausatmen. Stütz dich mit beiden Händen ab. Streck die Beine aus. Und heb deinen Brustkorb weit nach vorne oben an. Streck deine Bauchdecke. Und dann wieder lösen. Und wieder strecken. Und wieder lösen. Das rechte Bein bleibt gestreckt. Linkes Bein beugen. Und wir wollen noch einmal hier in die Streckung gehen. Fass deinen linken Fuß. Streck den rechten Arm nach oben aus. Und dreh dich ganz leicht nach rechts auf. Zieh die linke Schulter nach hinten. Und wachse hier nach oben in die Länge. Wieder lösen. Seite wechseln. Fuß greifen. Beziehungsweise Fußgelenk. Der Arm befindet sich innen am Bein. Schieb deine Ferse weg. Zieh dich hoch. Atme ein. Und dreh dich leicht nach links auf. Und dann wieder lösen. Gut. Dann kommen wir zu der zweiten Seite. Stütz dich auf den Unterarm ab. Dein unteres Bein ist angewinkelt. Das Oberbein ist gestreckt. Entweder lässt du den Fuß parallel. Und versuchst die Fußaußenkante in Richtung Boden zu schieben. Oder du drehst den Fuß nach außen. Heb deinen Brustkorb nach oben an. Dann das Becken. Ellbogen, Schultern eine Linie. Und dann den Arm lang über deinen Kopf hinweg. Wegstrecken. Zieh die Schultern von den Ohren weg. Mach dich ganz lang. Spür, wie deine Teile hier wirklich arbeiten, gekräftigt wird. Und die Oberseite schön in die Länge gezogen wird. Alternativ kannst du den Kopf nach unten drehen. Blick in Richtung Boden. Oder nach vorne. Oder leicht nach oben. Dann löse langsam auf. Komm in den Vierfüßler. Zieh die Schultern von den Ohren weg. Halte den Rücken ganz gerade. Einmal in den Katzenbuckel. Dann wieder strecken. Dann komm auf deine Unterarme. Stell deine Zehen auf. Und heb beide Knie nach oben an. Schwenk deine Knie nach rechts. Und halte die Position. Heb den Brustkorb etwas weiter nach oben an. Und halte hier noch vier Atemzüge. Dann lösen. Kurz aufsetzen. Den Rücken rund machen. Und wieder strecken. Knie nach oben. Und nach links. Die Schultern bleiben in eine Linie. Nach vorne ausgerichtet. Und dann wieder lösen. Knie aufsetzen. Komm nach oben. Und dann komm in den herabschauenden Hund. Und bring das rechte Bein nach vorne. Dreh den linken Fuß etwas einwärts. Komm nach oben. Wir machen eine Variation von der seitlichen Flankenstreckung. Das rechte Knie genau überall von deinem Fußgelenk. Der hintere Fuß ist leicht nach innen gedreht. Press die Fußaußenkanten fest in deine Matte. Und jetzt geht es ja um den Bauch. Also löse den Arm. Bring die Hände vor deinem Bauch zusammen. Dann spürst du, wie deine Bauchmuskulatur, deine Teilmuskulatur, dich hier oben halten muss. Zieh die Schultern zurück. Press das Knie nach außen. Und bleibe hier. Halte die Position. Atme hier ruhig und gleichmäßig. Lass beide Fußaußenkanten wirklich aktiv in deine Matte. Und versuch, den Brustkorb vielleicht noch minimal nach oben anzuheben. Und richte den Oberkörper langsam auf. Streck dein rechtes Bein aus. Dreh den Fuß nach innen. Beide Beine sind gestreckt. Roll das Becken ein. Atme ein. Hebe die Arme lang über die Seite nach oben an. Die Schultern fallen nach unten. Und dann neigst du in den Oberkörper zur Seite. Auch hier hält dich die Teilmuskulatur in der Position. Hier wird gedehnt. Und hier wird gekräftigt. Beine sind ganz fest und aktiv. Zieh die Kniescheiben nach oben. Und halte hier noch vier Atemzüge. Und dann langsam lösen. Zieh die noch mal lang nach oben. Und wir wechseln gleich die Seite. Und dann halte hier. Beine sind ganz fest und aktiv. Jetzt roll das Becken ein. Atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Und dann wieder lösen. Senk die Arme ab. Und wir machen noch die zweite Seite von der seitlichen Flankenstreckung. Paschvakonasana. Beug dein Bein. Dreh den Fuß leicht nach innen. Ungefähr 30 Grad nach innen gedreht. Press die Fußaußenkanten fest in deine Matte. Neig deinen Oberkörper zur Seite. Das Knie bleibt in einer Linie. Und die Hände vor den Brustkorb oder vor deine Bauchdecke halten. Zieh die Schultern zurück. Und heb den Brustkorb noch ein bisschen mehr zur Decke an. Dreh dich etwas auf. Kopf in Verlängerung. Wenn du es zu sehr am Nacken spürst, dann kannst du alternativ den Kopf drehen und den Blick nach unten rechten. Halte hier. Nicht einsinken. Heb dich nach oben. Hebe dich hier aus. Und dreh den Brustkorb auf. Vier Atemzüge noch. Halten. Und dann komm nach oben. Atme ein. Und ausatmen. Lösen. Bring die Füße zusammen. Jetzt wollen wir zum Schluss ein bisschen die Bauchdecke etwas strecken. Die Beine leicht geöffnet und parallel. Die Arme sind hinten am Lücken platziert. Und dann heb deinen Brustkorb nach oben an. Und versuch die Bauchdecke weit nach oben zu strecken. Und wieder lösen. Einatmen. Und strecken. Und wieder lösen. Letztes Mal. Einatmen. Und wieder lösen. Zum Ausgleich wollen wir ein bisschen die Hüftbeuge dehnen, weil wir jetzt viel Flexionsübungen gemacht haben. Und zum Schluss können wir wirklich ein bisschen Extensionsübungen machen. Gerade für den Hüftbeuger. Flexion bedeutet, dass wir uns zusammenziehen. Einatmen. Und Extensionsübungen bedeutet, wir strecken uns. Und dann lösen. Und dann lösen. Seite wechseln. Und wieder lösen. Okay. Dann würde ich sagen, der Bauch ist gekräftet. Und ich hoffe, du hattest Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Noch mehr Yoga gibt es bei uns im Yoga-Channel. Einfach kostenlos abonnieren. Und dann verpasst du in Zukunft kein neues Video mehr. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.